eigentlich geht es nicht darum dass wir jetzt etwas neues zu lernen hätten sondern dass wir wieder erkennen wer wir in wirklichkeit immer sind das heißt wir decken unsere wahrheit wieder auf und werden wieder eins mit dem was wir wahrhaftig sind und was wir als kosmische wesen sind das heißt was wir sind wenn wir unser menschsein öffnen in diese größere spirituelle einheit wenn wir in der liebe sind dann hören wir auf zu kämpfen und wenn wir aufhören zu kämpfen dann ja dann löst sich alles auf was uns jetzt noch daran hindert unser wirkliches potenzial zu leben so